hallo ich habe beim letzten mal vergessen spaß beiseite zu sagen na ja vom prinzip her kann ich es jetzt auch sein lassen okay spaß beiseite nein quatsch ich habe es vergessen aber es wird jetzt immer wieder kommen es kann ja mal passieren dass man das vergisst aber jetzt wirklich spaß beiseite ich habe letztens wann war das vor drei vier tagen neues tutorial hochgeladen abgmecker mv tutorial 04 sammelquest variablen und habe gesehen dass ich elf likes bekommen habe das ist schon relativ viel wenn ich bedenke dass meine letzten videos halt eher nicht so viel bekommen aber das spielt keine rolle und es freut mich dass es relativ gut ankommt bei euch und deswegen ist natürlich part 5 auch schon in der vorbereitungsphase aber das wird noch ein bisschen dauern ich habe mich auch umentschlossen vielleicht doch etwas anderes zu machen als ich angekündigt hatte ich hatte angekündigt eine neue quest zu machen aber ich werde wahrscheinlich was anderes machen egal so jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen thema worum es hier gehen sollte ganz einfach ich bin dabei mehr oder weniger die don gang ins leben zu rufen und braucht dafür ein logo ich habe mir überlegt euch zu fragen ob ihr vielleicht fähig genug sei jetzt ein schönes logo zu designen weil ich bin da nicht so gut ich habe mir überlegt dass es vielleicht in die richtung des der pate logos geht also hier ist jetzt der schriftzug der pate und eine puppenspieler hand und sowas ähnliches aber völlig anders halt im gaming kontext hätte ich es gerne natürlich ich würde euch sagen wir vier wochen ungefähr zeit lassen oder so könnt natürlich auch jederzeit das bild vorher einreichen ich werde zwischendurch vielleicht nochmal ein video machen wo ich die bereits eingereichten designs oder design konzepte vorstellen würde und auch vielleicht auch ein bisschen darüber reden würde was auch was ich jetzt gut finde und was nicht dann könntet ihr vielleicht auch die designs nochmal überarbeiten oder vielleicht euch selbst vielleicht noch mal was neues einfallen lassen genau auf jeden fall würde ich euch sagen wir vier wochen ungefähr zeit lassen und wenn gar keine einsendungen kommen muss ich dann wohl selbst in angriff nehmen und ansonsten würde ich vielleicht mit euch zusammen darüber entscheiden dann welches logo wir dann verwenden aber was ist die don gang überhaupt wofür ist sie gut und was ist der sinn hinter dieser don gang und dazu kommen wir jetzt ich hoffe ihr schaltet das video nicht zu vorzeitig ab sonst komme ich nicht zu meiner erklärung aber auf jeden fall designt das logo das fände ich ziemlich cool und wofür wird das logo überhaupt benutzt genau gut das muss ich natürlich vorher vielleicht noch erklären das logo werde ich persönlich in allen zukünftigen spielen als splash screen am anfang einblenden also quasi ganz am anfang das spiel startet wird es wie ein firmen logo im grunde eingeblendet und der ersteller wird natürlich in den credits meiner spiele genannt als logo designer oder so und das in allen zukünftigen spielen von mir also wirklich allen also das egal was ich raus bringe und ich werde es wahrscheinlich auch noch bei flappy mv nachpatchen in allen zukünftigen spielen wird das logo auf jeden fall vorher zu sehen sein dann wird es auf rpgmaker-mv.de ich weiß nicht da kann man wahrscheinlich signaturen auch einfügen ich gehe mal davon aus das kann man bei allen vorhin eigentlich und dann wird das auch dort unten in meiner signatur zu sehen sein das logo und ja und ihr könnt es natürlich auch verwenden das logo aber dazu kommen wir jetzt weil was ist die don gang überhaupt und was tut die don gang die don gang ist im grunde eine gruppierung mehr oder weniger oder soll eine werden die sich mit dem rpg maker auseinandersetzt und sich diesem widmet und vor allem dem erhalt jeglicher informationen die es darüber gibt das ist halt das möglichst wichtige was wir versuchen zu erreichen oder ich versuche zu erreichen und ich hoffe dass ihr euch meiner sache anschließt das problem ist nämlich folgendes ich habe hier mal etwas vorbereitet ein paar grafiken zwei stück einmal rpg maker szene damals und einmal rpg maker szene heute und ich hätte das natürlich als powerpoint machen können das wäre vielleicht ein bisschen besser aber ich habe jetzt hier kein powerpoint installiert dementsprechend konnte ich das jetzt nicht machen auf die schnelle dann habe ich in photoshop zusammen gefriemelt so ganz einfach die rpg maker szene damals als ich angefangen hatte vor über zehn jahren mittlerweile war das ganze ungefähr oder sagen wir mal als ich aufgehört hatte das macht mehr sinn vor ungefähr sechs jahren mittlerweile glaube ich ja das kann hinkommen ja vor sechs jahren ungefähr und da hatte ich dann aufgehört mit youtube tutorials und da sah die szene ungefähr dann so aus also es gab auf jeden fall die youtube das ist logisch war teil der rpg maker szene ein wichtiger teil geworden mittlerweile und dort hatten wir drei große youtuber einmal 2mg als wirklich der größte youtuber im rpg maker bereich und also deutschsprachig wohlgemerkt und das wird er wahrscheinlich auch bleiben lange 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 in naher zukunft auch wenn er jetzt keine videos mehr hochlädt aber sein kanal ist immer noch sehr wichtig auf jeden fall und vielleicht lädt er auch noch mal videos hoch so dann alias und ich natürlich die beiden großen tutoren für vx und für den xp damals 2mg hatte tutorials für den 2000er gemacht und 2003 ja glaube ich vor allem 2003 ja soweit ich weiß ich wenn ich mich jetzt nicht irre und hat hat halt auch let's place gemacht zu diversen rpg maker spielen genau dann gab es noch viele kleinere youtuber die unter anderem entweder mit uns irgendwie zusammen hingen und alles hing irgendwie auf youtube ein bisschen zusammen es gab zwar auch ein paar vereinzelte kleinere youtuber aber im großen und ganzen war es mehr oder weniger eine gemeinschaft jeder kannte im grunde jeden mehr oder weniger 2mg kannte uns wir kannten ihn und er hat auch werbevideos gemacht über mich und alias ich hoffe die kann man finden dann kann ich euch das mal kurz demonstrieren dauert kurz moment so don f204 true mg so und dann haben wir es hier von true mg damals sah mein kanal noch ein bisschen anders aus aber egal vor acht jahren hat er das video hochgeladen und dasselbe gibt es halt auch über alias alias schwierig ich hoffe das finde ich ja hier haben wir es auch vor acht jahren hochgeladen und genau wie gesagt wir kannten uns ich habe auch mit true mg vielleicht zwei drei worte gewechselt war nicht viel und mit alias habe ich ein bisschen mehr geschrieben auf jeden fall wir standen auf jeden fall in kontakt und konnten uns auch jederzeit kontaktieren und kannten uns mehr oder weniger im groben genau und ja so sah das ganze früher aus und dann gab es noch die foren natürlich die zwei großen foren damals rpg minus studio und rpg minus atelier die seiten gibt es auch noch zumindest atelier rpg studio gibt es mehr oder weniger noch die seite ist allerdings tot also man kann sich nicht mehr registrieren ich weiß nicht ob anmelden noch geht falls man bereits einen account hat auf jeden fall ist die seite tot und dort wurde auch schon ewig nichts mehr gepostet wirklich und ja aber das spielt keine rolle dazu kommen wir dann später so und ungefähr sah das so aus alles war ein bisschen so auch verknüpft ähm ich hatte viele video aufrufe auch aus den foren das kann ich ja in meinen analys äh youtube analyse kann ich das ja einsehen und ich weiß auf jeden fall dass viele aus den foren auch meine videos dort verlinkt haben und ähm oder ein paar leute haben das gemacht und irgendwie hing alles zusammen die rpg maker szene alle kannten sich irgendwie so grob obwohl es sehr viele leute waren kannten sich gefühlt alle irgendwo ein bisschen und das ist ein halt ein problem bei der heutigen rpg maker szene während sich damals alle kannten und die information übertragen wurde von person a nach person b zu person c und zu person d und alle im grunde irgendwie alles wussten mehr oder weniger und über alles bescheid wussten ist das heute irgendwie nicht mehr ganz so wir haben immer noch youtube ist klar und immer noch 2mg ähm statt alias ist dann nefertari auf der bildfläche erschienen ich habe das mal mit dem fragezeichen gemacht weil ich nicht mehr weiß ob sie noch aktiv ist oder nicht ähm sie hat zwar letztens geschrieben dass sie nochmal an einem tutorial arbeiten möchte aber sie wollte halt nichts versprechen ich hoffe da kommt nochmal was ähm bei 2mg habe ich jetzt kein fragezeichen dahinter gemacht ähm weil sein kanal ist ja noch relativ frisch und auch immer noch sehr schön groß dann f204 bin ich hallo ja ich bin halt auch geschrumpft massiv geschrumpft weil ich ja lange nicht online war und viele leute die mich damals abonniert haben haben mich mittlerweile schon deabonniert oder sind tote kanäle und ich habe halt relativ wenig zuschauer mittlerweile gut es gibt mittlerweile auch schon relativ große eigenständige youtuber die nicht wirklich was mit uns alten hasen zu tun haben ähm da hatten wir haben wir einmal game dev tutorials habe ich auch in meinem kanal verlinkt wenn ich mich rechts insinne genau ähm game dev tutorials haben wir da einmal und dann hätten wir noch zum beispiel planet zero ähm er macht auch tutorials genau also da haben wir nochmal zwei etwas größere neue tutoren hier mit 312 abonnenten und der andere hat hier 117 abonnenten aktuell so und diese sind auch kräftig am wachsen aber haben nicht wirklich was mit den alten hasen zu tun und wir stehen auch nicht wirklich in kontakt das ist halt auch ähm ein kleines problemchen aber dazu kommen wir wie gesagt später so dann haben wir die foren die sind massiv eingeschrumpft und als ich vor einem dreivierteljahr oder so wieder angefangen hatte mit youtube da dachte ich was ist da denn los was ist denn aus den foren geworden apg äh minus studio geschlossen mehr oder weniger also es ist ja wirklich komplett von der bildfläche verschwunden und das apg atelier auch komplett eingeschrumpft zu einer kleinen kleinen vertrockneten rosine kaum noch leute aktiv im vergleich zu damals apgmaker minus mv .de ist ein neues forum dort bin ich auch angemeldet und das ist auch nicht wirklich aktiv und auch kein ersatz für das studio definitiv nicht so aber wo ist die apg maker szene wenn sie nicht in den foren ist und dafür habe ich nochmal hier einen ordner mit drei fragezeichen sie ist ähm aktiv im social media bereich das problem dabei ist aber dass jeder seine eigenen social media kanäle aufmacht seine eigenen seiten auf facebook auf twitter auf was weiß der geier wo noch instagram oder wo auch immer spielt ja keine rolle oder sie sind auf reddit aktiv und nicht wirklich in der deutschen apg maker szene innerhalb der foren und das ist ein großes problem weil wenn die foren weg sterben und vielleicht auch noch die youtube tutoren von denen es ja nun mal wirklich nicht mehr so groß wirklich viele gibt die wirklich aktiv sind dann haben wir ein problem dass viel informationen im schlimmsten fall komplett ausgelöscht werden für immer oder zumindest schwer zugänglich werden viele amerikanische seiten sind zum beispiel auch schon oder englischsprachige seiten ob die jetzt amerikanisch sind sei dahingestellt aber viele englischsprachige seiten sind auch schon von der bildfläche verschwunden wie mir aufgefallen ist und nicht mehr erreichbar und wenn das der deutschen szene auch so ergeht und am ende viel informationen verloren geht viele sachen nicht mehr erreichbar sind oder auffindbar dann stirbt die apg maker szene komplett dann ist alles weg und dann haben wir nur noch die kleinen in die game entwickler wie sie sich heutzutage nennen und nicht mehr apg maker entwickler oder makerer oder wie auch immer ich habe immer gesagt ich bin ein apg makerer und dabei bleibe ich auch und diese kleinen indie entwickler die untereinander nicht wirklich viel zu tun haben und sich auch kaum wirklich austauschen wollen weil sie ihre eigenen fan bases aufbauen wollen und ihre spiele vermarkten wollen logischerweise manche leben ja auch vielleicht davon ihre spiele zu verkaufen oder haben es zukünftig vor ihre spiele zu verkaufen und da muss viel zeit reingesteckt werden und sie haben gar nicht die zeit zum beispiel tutorials zu machen oder tutorials zu schreiben also video tutorials zu machen oder tutorials zu schreiben in foren oder dort fragen zu beantworten großartig und beschäftigen sich mehr mit ihren eigenen spielen gerade wenn man damit geld verdienen möchte muss man da sehr viel arbeit reinstecken im vergleich zu mir der jetzt das nur hobby mäßig macht ich will keine riesen fanbase aufbauen die meine spiele spielen das ist halt nicht mein ziel mein ziel ist es wissen zu sammeln und in form von youtube tutorials oder in form von anderen videos zu speichern und da kommen wir dann auch noch mal zum nächsten thema mein es wird eine neue video reihe von mir geben wo ich große oder sagen wir mal so bekannte und für mich erreichbare youtuber quatsch nicht youtuber abg makerer vorstelle deren leistungen nenne deren spiele präsentiere etc pp also im grunde mehr oder weniger versuche ein wenig ähm geschichte ähm abzuspeichern also von der deutschen apg maker szene ein bisschen was in meinem kanal abzuspeichern was hat zum beispiel nefertari gemacht für die apg maker szene an welchen spielen hat sie gearbeitet ähm und so weiter und so fort wo war sie aktiv was hat sie getan als beispiel dasselbe true mg oder alias genau dasselbe äh was macht alias heute und wie äh wie ist er überhaupt zum thema apg maker gekommen an welchen spielen hat er gearbeitet sowas halt möchte ich machen in video form und ja das ist halt für mich sehr wichtig dass wir versuchen die apg maker szene ein bisschen halt mit zu geben damit halt die foren nicht schrumpfen ich möchte das gegenteil erzeugen ich möchte dass wir uns als don gang aktiv aktiv dazu entscheiden und ähm auch aktiv daran arbeiten dass die foren wieder an ähm ähm an größe gewinnen und an einfluss das ist natürlich ich persönlich hab davon nichts weil ich bin kein admin dieser foren oder ich bin auch nicht wirklich aktiv ähm mehr oder weniger aber ich versuche auch jetzt wieder äh mehr oder weniger aktiver zu werden und die foren ein bisschen mehr ähm gewicht zu verleihen und ich möchte wirklich dass wir das gemeinsam angehen als don gang dass wir gemeinsam dieses ziel uns nehmen also stecken dieses ziel uns stecken dass wir die foren groß machen das wissen speichern ihr könnt auch eigene youtube kanäle machen und ähm selber abg maker videos machen und mir das mitteilen dann werde ich für euch werben werde ich werbung für euch machen wenn ihr das unter dem banner don gang machen möchtet dann schreibt mir und äh ihr habt genug kontaktmöglichkeiten unten in der ähm video beschreibung stehen äh kontaktmöglichkeiten oder halt auch in ähm in den kommentaren könnt ihr mich auch kontaktieren jederzeit ja oder auf rpgmaker-mv.de bin ich natürlich auch erreichbar ähm ihr könnt mir dort eine freundschaftsanfrage senden oder auch privat dort schreiben ist alles kein problem genau und das ist halt mein großes ziel im grunde upsala so dass wir das wissen der abgmaker-szene sichern damit nicht zu viel verloren geht weil das problem ist einfach dass wenn die ganzen tutoren und die foren wegsterben dass wir dann ein großes problem haben neue leute also junge leute aktiv in diesem in dieses hobby zu helfen wenn wenn jetzt zum beispiel jemand kommt und möchte jetzt abgmaker damit arbeiten selber ein spiel machen und dann hat er keine anlaufstellen weil halt die foren entweder komplett wegsterben oder absolut inaktiv sind und dann fehlt diese anlaufstelle dann sterben vielleicht die youtube tutoren weg upsala und dann fehlt wieder eine anlaufstelle wie lernt man ähm mit dem abgmaker zu arbeiten wenn man keine ansprechpartner dafür hat klar es gibt noch meine videos es gibt die von alias es gibt die von nefertari es gibt die von 2mg die werden nicht verschwinden die videos das ist klar und es gibt auch viele andere youtube tutoren in dem bereich viele kleinere oder halt auch größere kanäle habe ich gesehen die vielleicht äh mal 10 tutorials gemacht haben oder so aber das hauptproblem an der sache ist wer beschäftigt sich intensiv mit dem mit dem thema rpg maker und dem und der sache es den anderen leuten auch näher zu bringen und wer sorgt für den erhalt dieser rpg maker szene und klar das machen viele menschen aber wenn wir uns gemeinsam verbünden innerhalb dieser don gang dann haben wir einfach mehr einfluss und können das einfach viel besser in die wege leiten als wenn keine ahnung 100 leute einzeln versuchen etwas zu erreichen das ist doch wesentlich schlechter als wenn wir uns verbünden zu einem bündnis und es zu 100 gemeinsam machen das ist doch ist doch klar dann können wir uns auch besser absprechen dann machen wir nicht alle dieselben tutorials oder sprechen nicht alle über dieselben themen in unseren videos oder innerhalb der foren ähm dann wird nicht ständig das gleiche gemacht sondern wird vielleicht auch mal was gemacht was vielleicht noch keiner gemacht hat und das ist doch das wichtige am ende und ja ich hoffe dass ihr euch meiner sache anschließt und ich hoffe auf jeden fall dass ihr mir ein cooles logo designt und alle meine spiele in zukunft werden unter dem banner don gang erscheinen und ich werde auf jeden fall unter dem banner arbeiten in zukunft und ich würde mich freuen wenn ihr das selber auch tun würdet und ihr euch dieser sache anschließt immerhin seid ihr auf meinem kanal eben weil ihr in dieser apg maker szene sein wollt oder eben weil ihr mal in dieser apg maker szene wart vielleicht sind auch einige nicht mehr drinnen so aktiv in der szene und gucken vielleicht nur noch meine videos und ja ich hoffe einfach dass ihr euch meiner sache anschließt wenn ihr irgendwo mal den gedanken gehabt habt man don f du hast mir so viel geholfen wie kann ich dir helfen wenn ihr irgendwann mal euch gefragt habt wie ihr mir helfen könnt dann schließt euch einfach dieser don gang an macht irgendein paar kleinigkeiten macht mich auf dinge aufmerksam auf spiele die ich vorstellen kann auf spielentwickler die ich vorstellen kann etc macht mich einfach darauf aufmerksam was in der deutschen apg maker szene so vor sich geht was ihr für wichtig haltet dann mache ich darüber videos oder macht selber videos darüber und versucht diese videos irgendwie an mich zu bringen damit ich sie dann weiter bringen kann also auf gut deutsch damit eine quasi eine kette entsteht und wir uns gegenseitig mehr oder weniger die information zu schieben und gegenseitig auch unterstützen bei diesem vorhaben also wenn person a keine ahnung pigismo ein video macht über apg maker dass ich das dann vielleicht erfahre weil er mir das sagt und ich das dann vielleicht in meinem youtube kanal teile über die community funktion oder auf social media plattform jetzt kommen wir wieder auf social media zurück zum beispiel auf facebook dass ich das dort teile oder wo auch immer und dass er das vielleicht auch wenn er ein neues video macht vielleicht auch im forum halt in den foren dort auch postet dass das gemacht wurde damit das auch festgehalten wird dort und das finde ich dann schon sehr wichtig mittlerweile dass wir die foren stärken damit wir auch ein bisschen zusammenhalt in der szene bekommen damit wir nicht alle unseren eigenen social media kanal haben unsere eigene kleine community die im grunde in sich abgeschlossen ist ein kleines indie entwickler studio quasi sondern wir ein großes ganzes bilden die apg maker szene wie es damals der fall war klar es gab damals auch außen außenseiter und ausreißer die mit der szene im grunde gar nichts zu tun haben wollten die irgendwo außerhalb waren das ist mir durchaus bewusst aber es ist halt nicht mehr so dass das halt ausnahmen sind sondern das ist mittlerweile halt einfach der standard mittlerweile kann man auch fast sagen dass die leute sich gar nicht mehr als abg makerer sehen sondern wirklich als indie game entwickler und mit der abg maker szene überhaupt nichts mehr zu tun haben möchten und das ist halt nicht finde ich nicht schön irgendwo es ist meine meinung ihr müsst die nicht teilen aber ich würde mich freuen wenn ihr euch dieser sache ein bisschen anschließt und wenn wir das ganze bild ein bisschen verschönern können wenn wir die foren halt wieder größer machen können ok das war es eigentlich soweit von mir würde mich freuen wenn ihr euch meiner sache anschließt wenn ihr unter dem banner don gang Informationen an mich und an andere weitergebt wie gesagt einfach gehen wir mal kurz in meinen kanal der sieht am schönsten aus nein quatsch einfach wenn ihr keine ahnung durch mich auf jemanden aufmerksam geworden seid könnt ihr bei ihm in die kommentare einfach don gang schreiben und zum beispiel hey nettes spiel oder so und dann in klammern don gang dann und wenn ich das kommentare dann sehe weiß ich ah durch meine arbeit ist die person auf dieses spiel aufmerksam geworden oder auf diesen entwickler oder auf dieses video oder auf diesen youtuber und wenn ihr zum beispiel auf game dev tutorials geht könnt ihr das mal dort hinterlassen vielleicht sehe ich es und dann freue ich mich irgendwo ein bisschen dass meine arbeit ein bisschen gefruchtet hat oder ihr könnt auch wenn das logo dann fertig ist es selbst in eure spiele einbinden als anfangsbildschirm wenn das spiel startet dazu werde ich auf jeden fall nochmal ein tutorial machen wie ihr das machen könnt das wäre schön auf jeden fall ihr könnt natürlich auch euer eigenes logo einbinden ihr könnt ja beide logos machen erst oder oder zumindest in den credits irgendwo erwähnen dass ihr mit den mit der don gang irgendwo in verbindung steht und das wäre halt schon cool fände ich persönlich dass ihr irgendwo ähm auch ein bisschen verbundenheit zeigt mit der community und versucht auch etwas zusammen zu bringen dass wir zusammen arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten wir sind keine rivalen game dev tutorials ist kein rivale für mich er macht auch tutorials aber er macht ganz andere tutorials und das finde ich gut und er er macht überhaupt tutorials und das finde ich halt auch sehr schön genauso wie planet zero oder nefertari pegismo und alias damals das sind alles leute ich sehe die nicht als konkurrenz ich sehe die als bereicherung für die community und ich hoffe dass ihr das auch so seht und ja ich freue mich auf jeden fall für alle die sich beteiligen wollen ihr müsst nicht viel tun ihr müsst im grunde nur Informationen weitergeben mehr ist es gar nicht um was anderes geht es gar nicht in welcher form ihr das auch immer tun wollt spielt ja keine rolle gebt informationen weiter teilt spiele die die ihr gut findet also RPG maker spiele teilt ähm entwickler die ihr toll findet oder ähm postet selber videos macht tutorials helft anderen leuten wenn sie fragen haben in foren und so weiter und so fort bringt euch ein und darum geht es mir einfach es geht mir nicht irgendwie um irgendwas anderes es geht mir wirklich nur darum dass wir zusammen arbeiten und ich werde auf jeden fall weiter spiele empfehlungen raus geben dann zu deutschen RPG maker spielen und ich hoffe dass ihr mir die spielempfehlungen geben könnt in form von kommentaren oder so dann gebe ich diese spielempfehlungen weiter und das ist der grundgedanke dahinter dem konzept was natürlich ausgearbeitet werden muss das muss halt perfektioniert werden das ist es ist nur ein grundgedanke erstmal ich habe noch keinen festen plan aber wir werden da gemeinsam vielleicht einen vernünftigen plan finden an dem wir arbeiten können gut das war es soweit von mir erstmal und diesmal wirklich ich glaube ich habe das vorhin schon gesagt ähm ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß und ich hoffe ihr schließt euch meiner sache an und ich hoffe natürlich dass ihr ähm mir beim design des logos helft wie gesagt der Pate so Pi mal Daumen aber halt eher mehr so in die Gaming Richtung und halt dass nicht der Pate dort steht sondern Don Gang Schriftart ist auch egal aber halt es geht mir nur darum dass es irgendwo in diese Pate Richtung geht und schwarzer Hintergrund weiße Schrift das wäre schon cool würde mir gefallen und ich hoffe dass ihr vielleicht ihr könnt auch völlig andere Ideen einbringen also wenn ihr das gar nicht in die Richtung machen wollt ihr könnt auch völlig eigene Ideen einbringen also egal wie ihr es machen wollt auch im Pixel Look alles ist möglich ähm das muss nicht so aussehen das kann auch gepixelt sein oder gemalt sein das spielt alles keine Rolle ihr könnt machen was ihr wollt reicht was ein und von allen Einreichungen suche ich mir dann das schönste aus ok ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und hoffe ihr habt Spaß beim Logo Design und wie gesagt der Logo Designer ähm der wird in allen meinen folgenden Spielen in den Credits genannt und das Logo wird in allen meinen folgenden Spielen bis bis dann halt mal ein neues Logo gemacht wird oder ausgewählt wird ähm wird dieser Logo Designer dann in den Credits stehen und das Logo wird am Anfang des Spiels zu sehen sein ich hoffe und diesmal bin ich wirklich weg ich hoffe ihr habt dann ihr bringt euch irgendwie ein und habt Spaß beim Logo Design und ja kommentiert das Video hier schreibt einfach zum Beispiel einen Download Link zum Logo was ihr designt habt oder schickt es mir über die Social Media Kanäle und kommentiert ein paar Spiele Empfehlungen und schreibt einfach ob ihr mitmachen wollt oder nicht das wäre auch schon mal ein Anfang Tschüssli ich bin weg und bis zum nächsten Mal als nächstes kommt dann RPG Maker MV Tutorial 05 Tschüssli